Denn Linda Dallmann, die möchte selbst auch noch eins machen. Und wie macht sie das? 3-0, 90. Ein Zuckertor. Linda Dallmann, was für eine Technikerin. Was für ein Schuss. Was für ein Tor. Und dann geht's sofort in den Konter rein. AVW und wieder Siebs. Und wieder ist sie alleine. Und wieder kann sie es ganz alleine machen, aber sie bremst ab. Links ist noch wer da. Aber Caro Siebs mit dem 2-0. Doppelpack, Karoline Siebs. Schön geschossen auch ins Kreuzeck. Toll gemacht von Siebs. Caio, überragend von Marmotovic. Marmotovic bekommt wieder die Hände nach oben, die Finger dran. Reicht, um den Ball vor der Linie zu halten. Und nächster Abschluss, klasse Tor. Einfach mal oben rein, zack in den Winkel. Super getroffen, der Ball. Und es war eine Abwehrspielerin. Sarah Dorsuhn, erstes Saisontor. Chipper dann nicht lang genug weg und zack. Ist natürlich besonders schön, wenn er noch so richtig knallt an den Pfosten. Oh! Überraschung! Ausgeguckt! Super Schuss, ausgepackt! Ein Wahnsinn! Lässt sie jetzt hier das Weserstadion eskalieren. Und Lürssen! Und er ist drin! Was für ein Tor vor Niederlössen! Das kannst du dir nicht ausdenken! Ein Genie-Schreiß in den Klick! Das Mittel könnte sein, entweder flacher, spitzer Ball durch die Spitze! Oder so! Einfach mal abziehen! Einfach mal reinmachen! Ja, warum ja nicht! Zack! Und rein! Unter die Latte! Und was für ein Knaller! Von Leda Oberdorf! Einmal anvisiert, abgezogen, absolut perfekt! Oh, der ist lang! Der ist stark! Der ist Weltklasse! 4-0! Paulina Krumm-Wiegel mit einem Sensationstor! Felde! Zickei! Und Janina Mingel! Traumtor! 3-1! Ab in den Winkel! Unglaubliches Tor von Janina Mingel! Hast du Worte! Ab dafür! Zack! Und rein! Keinerlei Chance für Nerdelmann! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!